Hallo, ich grüße euch mit meinen Freunden im Glauben und alle Schwestern und alle Freunde darüber hinaus. Hier bei mir auf diesem Kanal könnt ihr ein paar Videos schauen, Glaubensvideos, da könnt ihr den Heiligen Geist fragen, ob das stimmt. Ihr könnt hier ein paar Feilvideos schauen, Musikvideos und Elektro-Naketik-Prokurschen-Videos. Jedes Einzige ist Team zu euch, zu eurer Freude und zu eurem Reichtum. Und ich bitte euch, freut euch jetzt über die Shooting Stars. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte meinen Kanal. Und alle, die treu sind, von den 103 Abonnenten dabei, für die freue ich mich sehr, dass sie mir zuschauen. Dankeschön. Also dann, Shooting Stars, oder auch Falling Stars genannt, weil Falling Stars bedeutet Sternschnuppe, im Deutschen und Männischen übersetzt. Und auch Falling Stars, wo de Sharpe und Z twenties bass am goodness. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt in all my thoughts. Some words miss your feelings and it puts you in your brain. It breaks deep, it keeps sinking, and darkly lies around. And it beams over the, over the masking sun. And all of these guys are shooting the size made for everyone. And all of these guys are shooting the Canadian музы column and this page is designed as a miracle. Eben, 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 Eben. The falling star, the shooting star, is me, for everyone. The falling star, the shooting star, is me, for everybody. Morning star, the morning star, is me, for everyone. The falling star, the shooting star, is me, for everyone. Danke fürs Zuhören, das war Oral 59. Bitte abonnieren meinen Kanal, damit wer schon hat, dem bin ich dankbar und danke für seine Freude. Tschüss, Baba.